Jo Freunde, willkommen zu einem Video und zu einem neuen Auftrag seit Ewigkeit mal wieder, denn ich habe hier was, ähm, jetzt zu dem Battle Pass, der neu im Spiel ist, könnt ihr euch ja gratis Sachen abstauben und nochmal für 1000 V-Bucks extra Sachen und dort müsst ihr Chi und Chakren sammeln. Alle Aufgaben relativ einfach hier, außer zerstöre einen Kohlkarren, wusste ich nicht auf Anhieb, wo das ist, ähm, deswegen zeige ich euch mal kurz, wo das Ganze ist für euch, dass ihr das auch findet. Übrigens, wenn ihr weiter runter geht hier, seht ihr Entdeckenaufträge, verdiene EP in Inseln oder auf Inseln von Creators. Guckt euch einfach meine Videos an von den letzten Tagen, dort könnt ihr eure XP sammeln, das zählt dafür und dafür könnt ihr hier extra Punkte holen für die Gratis-Items. So, jetzt zeige ich euch mal kurz, wo ihr diesen Kohlkarren findet und wie ihr die Aufgabe dann super schnell abschließen könnt. Im Bestfall landet bei Restored Wheels, ziemlich hier in der Mitte, ich markiere es mal direkt an diesem Punkt, okay, ich kann es nicht richtig markieren, doch, da. An diesem Punkt landet ihr mal. Das mache ich jetzt mal, ich fliege mal kurz raus hier, einmal dem Busfahrer danken und dann zeige ich euch das mal kurz. Ist einfach so ein Karren, also so ein Teil, was man rumschieben kann, ähm, wo einfach so Kohl, Kohlköpfe drin sind, ne, dass ihr euch vorstellen könnt, was das Ganze überhaupt ist. So, wir gehen mal kurz hier runter, das soll da nicht reichen und dann nehmen wir gleich einfach die Spitzhacke und hauen da vor und machen den kaputt. Soll es auch an anderen Orten noch geben, deswegen, falls ihr den da nicht findet oder zu spät seid, am besten immer direkt landen, damit den keiner vor euch kaputt macht. Ansonsten an anderen Orten nochmal gucken, falls ihr irgendwo einen seht, einfach kaputt machen, dann kriegt ihr die Aufgabe fertig. So, hier bin ich schon, direkt bei den Statuen und zwar hier, auf der Seite, so sieht der aus hier. Das ist ein Kohlkarren, hier ist die Statue, so sieht es aus und da seht ihr auch das Kohl. Ich hoffe, man sieht es, ist nämlich gerade dunkel hier. Was wir jetzt machen, wir hauen das einfach mal kaputt, zack und dann seht ihr, zerstöre einen Kohlkarren und ja, Aufgabe abgeschlossen. Mehr braucht ihr nicht machen, ich habe jetzt 350 Chi erhalten, super, super easy und das war es auch schon zur Aufgabe, ne. Ebenfalls XP und ja, das zur Aufgabe, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, ähm, gerne abonnieren den Kanal und auch wie gesagt, gerne die anderen Videos abchecken für die anderen Chi und Chakren und überhaupt hier, wo es dann hier für EP, äh, auf Inseln von Creators geht. Ne, das dazu, ich verlinke euch nochmal was hier, ansonsten würde ich sagen, war es das, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.